Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tanz mit Anna. Einige von euch haben mich gefragt, was man denn so als Warm-up machen könnte, welche Bewegungen und wie man das Ganze so aufbauen könnte und welche Musik und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, dass ich heute dieses Video für euch aufnehme und dass wir einfach so ein paar Bewegungen durchgehen nach schöner Musik und dann kannst du wirklich auch eins zu eins sehen, wie man sowas machen kann. Es gibt immer viele verschiedene Möglichkeiten, das ist nur eine davon. Das ist so, wie ich das vielleicht machen würde, wie ich das jetzt in diesem Zeitpunkt dir vorschlage. Okay, ich mache jetzt die Musik an und dann starten wir mit schönen geschmeidigen Bewegungen einfach ein bisschen locker durch den Körper. Los geht's! Okay, für den Anfang atme ein, bring die Arme lang nach oben und versuche jetzt mal hier rechts und links die Seiten zu verlängern. Wir gehen das Ganze sehr tänzerisch an, also so wie du dich vielleicht vor deinem Workout richtig schön warm machen kannst. Okay, verlängern. Okay, und jetzt bist du hier und jetzt schieb den Po nach hinten raus und roll die Wirbelsäule ab und auf. Ja, Po nach hinten raus und kleinen Endpo machen und auf. Beine im Plieo ab und tief und Stretch, roll auf, nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt geht es nach rechts und auf. Schulternkreis links. Ja, hier schön genießen. Und nochmal hier mit Plieo jetzt. und kreisen und auf. Okay, jetzt rollen wir die Wirbelsäule ab. Schauen wir mal. Plieo, Stretch. Und Plieo, Stretch. Lass den Kopf hängen. Sechs, sieben. Wir rollen auf und relevé. Herb und relevé und Zentrum halten, Bauch fest, lange Rücken. Okay, rollen noch einmal ab für die Wirbelsäule. Eins, zwei, lass aushängen. Drei, vier und Plieo, Stretch. Und ab. Noch zweimal. Und dann rolle auf. Und einmal auslockern. Super. Das ist zum Beispiel so eine kleine Sequenz, wie du es machen könntest. Jetzt ist ja der Track zu Ende und dann gehen wir jetzt direkt über in das zweite Lied. Jetzt ein bisschen mehr hier für die Knie und für die Füße. Das Gewicht verlagern, Oberkörper mitnehmen. Ja, so geht es richtig schön durch den Körper. Zweite Position, auswärts. Tief. Und parallel, Po nach oben, Stretch. Roll aus. Nochmal auf, tief, Stretch. Jetzt ein bisschen weiter, ne? Und parallel, Po nach oben, Kopf locker. Und roll auf. Schulter. Komm ins Plie. Jetzt den Rücken runter. Und Stretch. Und nochmal runter. Roll dich an. Und Stretch. Lange Arme. Und öffnen. Jetzt bleiben wir hier verlängert. Schön den Rücken durchbewegen. Schieb dich raus. Nimm die Knie mit. Und durch die Mitte wieder einatmen, strecken. Roll ab. Und hier schön ausruhen. Aushängen. Rechtes Bein anbeugen. Bleib hier. Lass den Kopf locker. Ja, wechseln. Kopf zwischendurch ausschütteln. Auslockern. Und komm zurück. Und verschrauben. Und wechseln. Und alles ganz locker entspannt, ohne festzuhalten. Komm zurück zur Mitte. Plie. Und schieb nochmal den Po nach oben. Und nochmal Plie. Und Stretch. Ja, Kabel nach vorne. Ins Dreieck. Wir gehen durch die Füße. Bewegt die Füße richtig schön durch. Ganz geschmeidig. Das tut richtig gut. Ja, und du darfst ja auch die Hüfte jetzt mitbewegen. Und wach. Sehr gut. Komm nach unten. Bring die Beine einmal nach vorne. Und beug an. Ewa. Da, da. Und Rücken schön lang lassen. Und zusammen erhalten. Ja, und dann nochmal die Füße flex. Handgelenke flex. Und streck. Und nochmal ranziehen. Und alles auslockern. Alles auslockern. Einmal umdrehen. Und nochmal schön ins Dreieck. Beide Beine. Plie ist streck. Und nochmal Plie und streck. Lange Rücken, Brustkorb Richtung Oberschenkel schieben. Und dann krabbel mit den Füßen zu deinen Händen. Und schüttel aus, rollt aber auf. Schultern kreisen. Und einer. Und aus. Relevier. Wop. Und aus. Sehr schön. Noch einmal. Bleibe hier. Halte die Balance. Lange Wirbelsäule. Bauchstecke hochziehen. Und alles auslockern. Sehr schön. Jetzt fühlt sich der Körper bestimmt schon viel, viel besser an. Ja, richtig vorbereitet für dein Workout. Für dein Training. Wichtig ist, dass du beim Warm-Up wirklich alle Gelenke durchgehst. Und alle Muskeln zusammen bewegst. Ja, sodass sich danach dein Körper richtig geschmeidig anfühlt. So ihr Lieben, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat und du Spaß hattest an diesem kleinen tänzerischen Warm-Up. Dann gib mir einen Daumen hoch. Kommentier dieses Video. Teile es mit deinen Freunden. Und hab weiterhin ganz viel Spaß hier auf meinem Channel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Anna. Tschüss, eure Anna.